Hallo meine Lieben, hier nochmal Sabine mit einer weiteren Folge der P steht für Penetrans. Ja, viele fragen mich immer wieder, wie soll man denn bloß, wenn alle sich vegan ernähren würden, die ganze Anbaufläche zusammen kriegen, um das ganze Getreide und Gemüse und so weiter anzubauen. Ich erkläre euch das nochmal ganz einfach und es ist wirklich, eigentlich ist es leicht zu verstehen, wenn man sich damit beschäftigt, ansonsten ist es manchmal, dass man wirklich eine Denkblockade hat und ich habe in einem anderen Video, das ich euch dann auch nochmal verlinke, auch alles ganz genau vorgerechnet mit Zahlen aus der Landwirtschaft, also von Bauernseiten, von Landwirtschaftsseiten, von wirklich offiziellen Stellen, da habe ich mir nichts ausgedacht oder so. Und das ganz kurz nochmal zu erklären. Wenn ich zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal einfach der Einfachkeit halber nur eine Fleischsorte, also die ganze Welt ernähren möchte mit Rindfleisch, dann brauche ich, und die Zahl ist jetzt egal, das ist alles nur relative Zahl, brauche ich diese Fläche, diese Fläche, um Nahrungsmittel für die Tiere anzubauen. Denn Kühe fressen nicht einfach nur Gras, Kühe fressen oder Rinder fressen vor allem Kraftfutter. 12 bis 14 Kilo, habe ich nachgeschlagen, fressen die an Kraftfutter. Also ich brauche zum Beispiel jetzt mal diese Fläche, um das anzubauen. Bei 90 Prozent der weltweiten Sojaernte und 50 Prozent der weltweiten Weizenernte landet in den Futtertrögen der Massentierhaltung und nicht bei den Menschen auf dem Teller. Das mal ganz kurz. Und das Soja davon ist meistens auch noch aus dem Regenwald und oftmals auch noch irgendwie gentechnisch verändert und mit allen möglichen Pestizinen und so weiter drauf. Also ist keine gute Sache, aber wie gesagt, diese Fläche braucht man dafür. Da von neun Getreidekalorien, die man in die Tiere reinstopft, bei Rindern gerade mal eine Fleischkalorie zum Schluss rauskommt, heißt es, acht Kalorien sind verschwendet. Das heißt halt auch, dass die Anbaufläche für diese Kalorien, die in Wärme und Gülle und sonst was umgewandelt werden, verschwendet ist, weil die werden in nichts verwandelt, was man irgendwie brauchen kann, weil man braucht diese Fläche dafür, um die Tiere zu ernähren. Um aber Menschen direkt zu ernähren, mit Haltgetreide, das ist ja alles mögliche, Soja, Weizen, Mais und so weiter und so fort, braucht man also nur ein klitzekleines Teilchen davon. Man braucht nur dieses kleine Teil, das. Dieses kleine Teil würde man nur brauchen, um Menschen zu ernähren. Ich habe es ja auch nochmal aufgemalt, weil, wenn ich das so zeige, ist das vielleicht als ein bisschen Kudelmuddel. Also dieses Große, das ist die Fläche, die ich brauche, um die Tiere zu ernähren, die hinterher denn die Menschen ernähren sollen. Also entweder brauche ich dann, wenn ich das direkt an die Menschen verfüttere, nur diese kleine Fläche, ist ja logisch, weil die anderen Kalorien, die gehen ja einfach ins Nichts. Also ich brauche nur diese kleine Fläche. Oder aber ich könnte bei der gleichen Anbaufläche neunmal so viele Menschen ernähren. Also das ist jetzt die schlechteste Rechnung, weil das ist halt bei Rindfleisch, bei Schweinefleisch und im Hühnerfleisch ist es ein bisschen besser. Da ist es dann halt nicht neun, sondern nur sechs oder fünf, aber immer noch eine riesengroße Masse. Man braucht also, um das ganze Getreide für die Veganer anzubauen, da braucht man nicht mehr Anbaufläche, sondern weniger. Weil, wenn ich das an die Tiere verfüttere, brauche ich so viel, weil das alles, was jetzt hier nicht gestreift ist, nicht schraffiert ist, das ist Verschwendung. Und nur das hier wird nachher umgesetzt in Fleischkalorien. Also eigentlich ist das ganz logisch, ich weiß, und die von euch, die es wissen, die sagen auch, was erklärt die denn hier für Mist, aber die anderen, wie gesagt, haben da einfach immer noch eine Denkblockade und ich kriege nach jedem Video immer wieder diese Frage, was ist denn mit dieser Fläche, wo sollen wir denn das ganze Getreide anbauen, das ist doch Blödsinn und Kühe fressen Gras. Also Kühe würden standardmäßig wahrscheinlich Gras fressen und kein Kraftfutter, aber 98% der Rinder, Kühe und Rinder geht immer drunter drüber, also der Rinder steht in der Massentierhaltung. Also 98% überhaupt des Fleisches und der tierischen Produkte, die verzehrt werden, kommt aus der Massentierhaltung. Das sind nicht die Tiere, die auf der Wiese stehen oder die irgendwie bei einem kleinen Bauern unterwegs sind, das meiste kommt aus riesengroßen Anlagen. Aus riesengroßen Anlagen. Und das sind halt die, an die dieses Kraftfutter verfüttert wird. Ganz logisch, ne? Also das wollte ich einfach nochmal erklären. Ich hoffe, es ist jetzt rübergekommen, dass man es verstehen kann, aber ansonsten, ja, erkläre ich es gerne nochmal und das Ganze, wo ich es wirklich genau vorgerechnet habe, weil immer gesagt wird, man plabbert immer nur irgendwas nach, was man auf irgendeiner Tierrechtsseite gesehen hat. Nein, ich habe es genau nachgerechnet, was Rinder fressen, wie lange Rinder leben, wie viele Kalorien sie dann fressen, wie viele Kalorien dabei rauskommen und wie viel dann damit ernährt werden könnten und so weiter und so fort. Das verlinke ich euch einfach unten nochmal, das könnt ihr euch nochmal angucken. Ja, das war's, nicht? P steht für Penetrans, ich heiße dich umsonst Pankau und ich werde das weitererzählen und bis es den Leuten aus den Ohren rauskommt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut! ich sage das mit ein셔야 тыst어요! Du steh 500